Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Simon vom YouTube-Kanal TheBadBeard. Ich hab wieder ein paar Destiny-Infos für euch. Gestern war ja wieder ein Stream von Bungie, wo sie neue Infos zu TheTakenKing, König der Besessenen, eben preisgegeben haben. Es ging diesmal um eine Strike-Mission, die haben sie live gespielt. Und das Interessanteste daran war eben, dass sie komplett von den neuen Subklassen, die Skilltrees, die finalen Skilltrees gezeigt haben. Da hat sich ein bisschen was getan, ein paar Skills kannte man ja schon. Die werde ich euch jetzt erstmal vorstellen und vielleicht noch so ein bisschen drüber reden, was da so allgemein noch so rausgekommen ist. Ansonsten war es wieder auf jeden Fall echt cool. Wir haben das zusammen gestern live geschaut auf meinem Twitch-Kanal. Nochmal vielen Dank an alle, die dabei waren eben. Ein Mitschnitt von diesem After-Show-Stream. Danach haben wir nämlich nochmal ein bisschen PvP und so gezockt und darüber geredet, was Bungie so gemacht hat. Den gibt es übrigens auch auf meinem YouTube-Kanal, wenn ihr mal reinschauen wollt. Nächste Woche machen wir genau dasselbe nochmal. Da wird Bungie ja nochmal einen Stream machen, den letzten Stream zu TheTakenKing. Da werden wir also ein bisschen vorher zusammen zocken. Ich fange so gegen 19 Uhr an. Um 20 Uhr ungefähr ist dann der Bungie-Stream. Und dann danach, wenn der vorbei ist, wenn wir den zusammen geschaut haben, dann spielen wir danach nochmal ein bisschen und quatschen halt so über die ganzen Änderungen und so. So, fangen wir mal mit der Hunter-Subklasse an. Nightstalker heißt das Ding, kennt ihr ja mittlerweile schon. Also das ist der Hunter mit dem Bogen. Jede Klasse hat eine neue Granate bekommen. Der Hunter bekommt eine, ja, eine Void-Wall-Granade. Also die haben alle noch weitere Granaten natürlich, aber das sind alles noch so alte Versionen, die irgendwie andere Subklassen schon hatten. Deswegen stelle ich euch jetzt erstmal nur die ganz neuen Granaten vor. Void-Wall bedeutet einfach, die macht so eine Art, ja, Wand tatsächlich, eine horizontale Wand. Das ist Area Denial. Also ihr macht quasi einfach einen Wall, wo eben Damage kommt, wenn man durchläuft und so. Das ist bestimmt für Raids und Control im PvP und so weiter ziemlich sinnvoll. Dann direkt der Super-Shadow-Shot, also dieser Bogen eben. Der schießt eben einen Pfeil, der dann Feinde, wenn ihr einen trefft, zusammen ankert. Da kommen dann so Void-Anker, die verlangsamen und schwächen die Gegner, dass sie eben leichter zu erledigen sind. Ist auch bestimmt ganz interessant für PvP. Der Schuss selber macht natürlich auch Damage. Dann hat man jetzt die Wahl, ne, zum Super natürlich immer noch so ein Modifikator. Da gibt es jetzt drei Optionen. Einmal Blot-Bound nennt sich das. Ähm, ja, geankerte Gegner explodieren, wenn man sie erledigt. Und der Schaden, den man einem Gegner macht, wird den anderen Gegnern, die verankert sind, eben auch zugefügt. Das kann ich mir sehr witzig vorstellen, auf jeden Fall. Die nächste Fähigkeit ist Black Hole. So ein Void-Anker hat dann eben jeweils eine höhere Länge eben. Also ihr könnt halt weiter auseinandergelegene Gegner auch verankern. Und hält auch länger und ihr könnt viel mehr Gegner auch tatsächlich dann eben ankern. Und dann habt ihr noch Quiver, das bedeutet so viel wie Köcher, ne. Und dann könnt ihr einfach drei von diesen Shadow Shots feuern. Allerdings sind eure Anker kürzer. Aber wie gesagt, der Shadow Shot macht ja an sich schon Damage. Das bedeutet natürlich, ne, wenn ihr jetzt hier einfach im PvP das benutzen wollt, ist das vielleicht ein bisschen sinnvoller. Als nächstes kommt der Melee vom Hunter. Der ist ja ziemlich interessant. Das ist nämlich kein Nahkampfangriff in dem Sinne, sondern eine Rauchbombe. Smokebomb. Und die verlangsamt und desorientiert eben Leute, also Spieler und Gegner, ne, die eben in diesem Ding drin gefangen sind. Und die erste Fähigkeit, also hier auch wieder drei Modifikatoren, ist einmal Toxin quasi. Das heißt Envenomed. Da bekommt ihr dann quasi einen Gifteffekt noch, der eben dann Schaden über Zeit macht. Nächste Fähigkeit ist Vanish in Smoke. Das finde ich ziemlich lustig. Das ist quasi so ein bisschen Batman-mäßig. Wenn ihr diese Granate werft, könnt ihr damit eben euch und eure Freunde, eure Teamkameraden unsichtbar machen. Also wie so ein Smoke-Pellet irgendwie. Werft ihr auf den Boden. Und das haben die in der Strike auch benutzt. Da hat er das über den Raum quasi geworfen, wo seine Kollegen sich gegenseitig wieder aufgehoben haben. Und hat die dann quasi unsichtbar gemacht aus der Distanz. Das sah ziemlich interessant und sehr taktisch aus. Das ist sowieso so ein bisschen das Thema von dieser Klasse. Ist ja die erste Support-Klasse quasi, die der Hunter kriegt. Die letzte Modifikation wäre quasi Snare. Und die macht einfach aus dieser Rauchbombe so eine Art Falle. Also ihr könnt die Rauchbombe einfach irgendwo dran werfen. Ähnlich wie die Tripmine-Granate, wo die dann eben hängen bleibt. Und wenn einer vorbeiläuft, geht die in die Luft. So, dann gibt es auch natürlich noch ein paar Perks. Die gibt es ja immer in den Skilltrees. Da haben wir jetzt hier die Auswahl zwischen dreien. Einmal Courage of the Pack. Wenn verankerte Gegner erledigt werden, bekommt man Recovery. Also Health, Recovery und erhöhte Rüstung für dich selber. Und für deine Teammitglieder. Das kann bis zu fünfmal stacken. Fünfmal Armor-Stack klingt ziemlich gut. Könnte gut sein. Auf jeden Fall für so ein Raid oder sowas. Der nächste ist Light of the Pack. Wenn man eben verankerte Gegner killt, bekommt man Orbs of Light für deine Freunde und dich. Also die droppen dann irgendwie mehr Orbs of Light. Und der letzte Perk wäre Lockdown. Granaten und Smoke-Effekte halten einfach doppelt so lange. Das kann ich mir auch ganz interessant vorstellen. Dann haben wir natürlich die zweiten Perks. Also es gibt ja immer zwei Dreier-Sets aus Perks, wo man sich einen auswählen muss. Der erste davon ist Keen Scout. Sprint und Sneak ist schneller. Also man läuft schneller, man schleicht auch schneller. Man hat einen besseren Tracker. Also die Minimap quasi wird verbessert. Und man hat die Fähigkeit eben Gegner durch Schaden zu markieren. Wie das ja auf einigen Waffen auch drauf ist. Der nächste Perk ist Predator. Eure Anker, also eure Void-Anker, die ihr mit Shadow Shot eben verteilt, werden zu fallen. Also die könnt ihr irgendwo hinschießen. Dann bleiben die eben auch hängen. Und explodieren dann, wenn was in die Nähe kommt. Also das wieder auch passend zu dem Fallenthema. Das nächste Ding ist Shade Step. Und das finde ich am interessantesten. Wahrscheinlich werde ich den am meisten benutzen. Wenn man zweimal die Kreistaste, also die Ducken-Taste drückt. Dann macht man so eine Art Ausweichrolle und wird so kurz unsichtbar. Ich weiß nicht, ob da Invulnerability-Frames drin sind, wie in irgendwie so Streetfighter oder so. Wenn man blockt oder sowas. Aber das ist auf jeden Fall ziemlich einzigartig. Das hat ja keine Klasse so bisher. So ein Ausweichschritt, das könnte auf jeden Fall im PvP und so weiter auf jeden Fall ziemlich interessant sein. Die nächste Subklasse ist der Sunbreaker Titan. Also der coole Hammer Solnir, sagen sie immer auf Reddit. Hammer Titan, der bekommt eben auch eine neue Granate. Eine Termitgranate nennt sich das. Und die schießt einfach nach vorne so eine Art Feuerwall. Also frontal, nicht so horizontal, eben als defensive Wand, sondern quasi wie so ein AOE-Effekt, der von euch ausgeht. Die werft ihr quasi auf den Boden und dann kommt so eine Flammenwand auf die Gegner zugebrannt. Das sieht auch ganz interessant aus. Die Superfähigkeit natürlich Hammer of Solnir, finde ich viel witziger eigentlich. Wo ihr eben euren Hammer beschwört und dann eben das Ding werfen könnt. Und dann haben wir auch hier wieder drei Perks. Einmal Forgemaster, man hat mehr Hämmer. Die Hämmer haben eine größere Explosion. Der zweite ist Sun Charge. Wenn ihr R1 drückt, während ihr das Ding aktiviert habt, könnt ihr so eine Art Tackle machen und nach vorne chargen. Wo ihr dann eben auch Gegner explodieren lassen könnt, die im Weg sind und so weiter. Macht Feuerschaden. Dann haben wir noch Scorched Earth. Ignite the World steht hier. Da könnt ihr quasi Sun Spots, nennt sich das. Das ist eine neue Mechanik von diesem Titan eben. Überall machen, wo ihr eben Schaden mit dem Hammer macht. Diese Sun Spots haben verschiedene Effekte. Da kommen wir dann gleich noch zu bei den anderen Perks eben. Jetzt haben wir noch den Melee. Der nennt sich Sun Strike. Ist einfach ein starker Solar-Melee-Angriff. Da haben wir auch wieder drei Perks. Melting Point. Burn away your targets defenses. Also wenn ihr einen Gegner angreift, fängt er an zu brennen und wird geschwächt für dich und deine Freunde. Das heißt, der wird wohl einfach weniger Schaden machen vielleicht oder wird weniger aushalten. Sowas in der Art steht da nicht so hundertprozentig genau beschrieben. Nächster Perk ist Termal Vent. Wenn ihr einen Kill mit eurem Melee macht, gibt es eine Solarexplosion. Und das macht eben dann auch einen Sunspot. Und der Sunspot schadet natürlich den Gegnern, die innen drin stehen. Und dann der dritte ist Stoke the Forge. Das bedeutet einfach, der Cooldown von diesem ganzen, vom Melee wird einfach runtergesetzt. Ihr kriegt den schneller. Und wenn ihr einen Kill damit macht, wird euer Melee instant wieder aufgeladen. So, jetzt kommen wir zu den zwei Perksets. Das erste Perkset ist Flamesieker. Dein Hammer wird eben irgendwie Gegner suchen. Also der wird so ein bisschen zielsuchend. Im PvP vielleicht interessant. Der nächste ist Explosive Pyre. Bedeutet, Gegner, die ihr mit dem Hammer umbringt, werden explodieren. Und machen eben dann noch natürlich Feuer-Damage allem, was drumherum steht. Der letzte ist Fleetfire. Wenn ihr Gegner mit dem Hammer umbringt, bekommt ihr Bonus, Agilität und Nachladegeschwindigkeit. Und das kann bis zu dreimal stacken. Im nächsten Perkset, wo ihr euch einen von aussuchen müsst, ist der erste Simmering Flames. Wenn euer Super voll ist, werden eure Granaten und Melee-Abilities einfach doppelt so schnell aufladen. Also wenn ihr euren Super quasi voll lasst, ladet ihr alles andere schneller auf. Als nächstes Cauterize. Wenn ihr einen Gegner mit Feuerschaden zerlegt, bekommt ihr einen Gesundheitsbonus. Also ihr regeneriert quasi Gesundheit. Der letzte in dem Set ist Firekeeper. Wenn ihr in so einem Sunspot, was ich eben gesagt habe, steht, bekommt ihr einen Overshield. Also zusätzlich so ein blaues Schild. Zusätzlich Schild. Und euer Hammer auf Sol, euer Hammer auf Sol, bleibt länger. Euer Super bleibt einfach länger. Das bedeutet, ihr könnt wahrscheinlich länger irgendwie Hammer werfen und sowas. Das ist eine ganz interessante Mechanik. Also ihr erzeugt diese Feuerspots auf dem Boden und lauft dann von Spot zu Spot. Und könnt die ganze Zeit Hammer werfen. Das ist auf jeden Fall interessant. Da kann man bestimmt ein paar coole Builds mitmachen. Als letztes haben wir natürlich noch den Skilltree vom Stormcaller Warlock. Also dem Palpatine Warlock, der so Blitze aus den Händen schießt. Die neue Granate von dem ist quasi Stormgrenade. Das bedeutet, ihr werft eine Granate, die einen, ja, Lightning Storm beschwört. Also ich nehme mal an, das hat man vielleicht mal kurz gesehen, ja, dass dann einfach so ein Blitz runterkommt. Die Granate ist so der Spot, wo dann der Blitz einschlägt. Der macht dann einfach Damage. Danach haben wir natürlich den Super Stormtrance. Das ist dann, wenn ihr so anfangt zu fliegen und die Blitze aus euren Händen schießen könnt. Auch da müssen wir wieder zwischen drei Perks eben auswählen. Der erste ist Landfall. Wenn wir das Ding beschwören, dann kommt einfach da, wo wir stehen, ein, ja, ein Lightning Bolt, ein Blitz runter, der eben nochmal richtig Schaden unter uns macht. Das heißt, wir können irgendwie über die Gegner drüber fliegen, dann unseren Stormtrance casten und erstmal unter uns alles platt machen, bevor wir dann überhaupt mit dem Super starten. Der nächste ist Super Conductor. Wir haben doppelt so lange eben Lightning Chains. Das bedeutet also, wenn wir hier so Dinger schießen, ne, die gehen ja zwischen den Gegnern hin und her, dann können wir da doppelt so viele Gegner eben mit erwischen. Der dritte ist Ionic Blink. Das bedeutet einfach, wir haben einen Teleport auf L3. Also wir drücken den Stick rein und können dann ein bisschen hin und her teleportieren. Die Klasse übrigens selber hat keinen Blink. Auch der Titan kriegt keinen Blink in seiner neuen Subklasse, falls ihr euch das fragt. Also die Klasse hier vom Warlock hat eben nur auch wieder so Schwebejumps, also leider nicht, drin. Aber im Super ist zumindest ein Blink drin. Der Melee ist auch ganz interessant. Das ist nämlich eigentlich gar kein Melee, sondern schon so fast auf mittlere Distanz. Das Ding nennt sich Thunderstrike. Und wir schießen einfach auch nochmal irgendwie Blitze, ne, die halt ein bisschen höhere Range haben. Auch da gibt es wieder drei Perks. Chainlightning. Der Strike macht eben nochmal, springt von einem Gegner noch über auf den nächsten. Also wir können zwei Gegner damit erwischen. Das ist ziemlich cool. Amplitude ist der nächste. Der Strike hat einfach an sich eine größere Range, also noch mehr Range. Und der letzte ist Rising Storm. Wenn wir mit dem Ding treffen, lädt sich unser Super schneller auf und unser Melee eben auch. So, dann haben wir wieder drei Perks in jeweils zwei Sets. Das erste Perkset ist einmal Pulse Wave. Wenn wir kritisch verletzt sind, also ich nehme mal an, ne, rot im roten Bereich, dann wird Pulse Wave ausgelöst. Und das gibt uns einen Speed-Bonus und auch unseren Freunden. Dann haben wir Feedback. Das bedeutet Incoming Melee Damage, irgendwie, also wenn wir irgendwie Schaden per Melee quasi kriegen, lädt uns komplett Thunderstrike wieder auf und, ja, verbessert den sogar. Also Thunderstrike, nochmal zur Erinnerung, ist unser Melee, ne. Transcendence ist der letzte. Das heißt, wenn wir mit voller Granaten und Melee Energie unseren Stormtrance, also den Super, casten, dann werden wir komplett, health-mäßig komplett wieder aufgefüllt. Das bedeutet, wir haben einfach einen besseren Super, wenn wir erst auch noch Melee und Granatenenergie voll aufladen. Das ist auch ganz interessant eigentlich. Das letzte Perkset, eben das zweite Perkset aus drei Perks, wo wir einen auswählen müssen, ist einmal Electrostatic Mind. Stormtrance lädt sich schneller auf, wenn Freunde in der Nähe sind und wenn Stormtrance aktiviert ist, kriegen Gegner, die einfach in der Nähe sind, auch mal erstmal direkt Schaden. Arc Web, Gegner, die wir mit den Granaten erwischen, kriegen dann nochmal irgendwie extra so Lightning Strikes zwischen denen. Also ich nehme mal an, die kriegen einfach nochmal so einen Blitzeffekt dazwischen, dass wir nochmal irgendwie so ein, ja einfach noch mehr AOE-Effekt haben, um halt alles auszulöschen. Das ist ziemlich heftig, diese Klasse. Und dann als letztes haben wir Perpetual Charge. Das heißt, Granatenkills laden unseren Melee auf und Melee-Kills laden unsere Granaten auf. Kann man so ein bisschen mit spielen dann. So, das hat sich ja schon mal ziemlich interessant angehört, fand ich. Einiges davon kannte man, einige Perks wurden so hin und her geswitcht. Und das scheint jetzt tatsächlich der finale Skilltree für jeweils die Klassen zu sein. Jetzt könnt ihr gerne mal schreiben, was ihr so davon haltet, welche Klasse ihr als erstes spielen werdet. Ich denke mal, ich werde den Hunter spielen, weil der sehr viel coole Sachen, die dem Team was bringen, bekommt. Allerdings muss ich sagen, ich finde diese Klassen, die hören sich super cool an. Die Perks passen viel besser zusammen. Und das stellt so ein bisschen die alten Klassen ein bisschen in den Schatten, habe ich so das Gefühl. Keine Ahnung, könnt ihr ja mal schreiben, was ihr davon haltet. Auf jeden Fall denke ich, das reicht erstmal für ein Video, das war ja jetzt ziemlich viel Information. Wenn es euch gefallen hat, wie immer freue ich mich über einen Daumen nach oben. Wenn ihr Bock habt, beim nächsten Stream, wo ich eben auch den Bungee-Stream mit euch gucke und mit euch zocke, dabei zu sein, einfach nächsten Mittwoch um 20 Uhr oder jetzt schon mal auf Twitch vorbeigucken und so ein Follow da lassen. Dann seht ihr immer, wenn ich online komme. Ansonsten, wenn es euch gefallen hat, das Video, könnt ihr auch gerne einfach in Facebook bei den diversen Destiny-Gruppen oder mit euren Freunden teilen. Das wäre auch auf jeden Fall echt cool, würde mich auf jeden Fall freuen. Und mir bleibt nichts anderes zu sagen, als wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut! Bis zum nächsten Mal.